Hallo und herzlich Willkommen zu 1 Folge Cactus Fishing! Ich hoffe mal das Intro war nicht verstörend, aber ich bin dann einfach der Beste. Ich habe mir die Quickroot gekauft und das Boot! Nein, ich hatte genug für beides und ja, damit kann ich jetzt rumfahren. Toll, oder? Also mehr kann man damit nicht machen. Nein, auf jeden Fall jetzt habe ich so hier auch eine Angel. Hat man immer, aber ich habe eine bessere Angel. Und hier sind so komische rote Fische und... Oh, wartet! Und die muss man dann hier drauflegen, wenn man die verkaufen will, was ich eigentlich gar nicht wollte. Aber... Egal. Und der kann fliegen. Grandpas kann fliegen. In Tracing. In Tracing, vor allem weil... Nicht lustig. Ähm... Ja... So, jetzt werfe ich es aus und damit fange ich dann... Nein... Ach... Was? 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 Warum ist da ein Angler an der Oberfläche? Ein Angler. Kein Anglerfisch, sondern ein Angler. Hahaha... Nein, ein Anglerfisch. Ja! Grandpa... Ist der immer noch? Alter, was ist das? 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 Ah! Alter, was sind die für alles? Äh... Ich kann nicht reden. Was sind die für viele Fische? Alter, das ist richtig cool. Boot, also... Ich glaube an dich, mein Freund, Alter. Also... Wirklich, Alter. Mein... Mein... Mein alter Freund. Das Boot, Alter. Nein! Äh... Jetzt hätte ich den roboten fahren können. Aber... Nein! Dieser... Cod... Man! Und ich habe nur noch 3.000 übrigens. Vorhin hatte ich 64.000. Bisschen mehr. Den... 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 Oho! Nein! Haut ab! Nein! Die darf ich nicht verscheuchen. Hier! Dich verscheuchen! Komm! Oh! Bevor die weg sind! Oh! Es reicht! Mir reicht! Ja, wenigstens so einer. Geil! Geil! So einen hatte ich noch nicht, glaube ich, oder? 3.000 sind die hier wert. Hä? Auf dem Handy sind die 1.000 wert. Was ist das für ein Code? Du bleibst da drauf. Ähm... Ja! Ich hatte die noch nicht, oder? Diesen Lodge, oder? Ja! Hier! Äh... Seraph! 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 Den muss ich noch fangen! Trumbl! Trumbl! Nee, aber geil! Ja, komm! Komm! Alter, was ist das für ein roter... Ach! Was machen die? Guck! Ich soll sogar einen Trumbl fangen! Das ist meine Crest... Ne Cressory Doodle! Ach! Natürlich! Jetzt kriege ich so einen! Und du weißt davon... Mir reicht's, Alter! Vor allem... Das ist so... So eine neue Fischart, die eigentlich 1.400... Und... Es gibt einen Small, der 12.000 bringt! Ach ja, und ich habe einen Tankfin gefangen! TANKFIN! Das ist ein Tank! Der tankt! Nein! Ähm... Ja, jetzt muss irgendein Medium kommen! Medium! Nein, nicht ihr! Medium! 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 Da ist wieder so einer für 11.000, Alter! Der ist geil! Ah! Da unten war ein Medium! Ach, Tankfin! Wenigstens! Och! Wenigstens! Guck! Grandpas können wirklich fliegen, Alter! Das sind die heiligen Grandpas! Ähm... Oh, was mache ich denn? Noch dreimal Quests! Für die... Alter! Für die Minimap! Geil! Neiße Scheiße! Will ja am Start! So, und jetzt muss ich diese einen Medium fangen! Ich glaube, ihr wisst, auf wen ich es abgesehen habe! Okay, hoffentlich kriege ich dich noch ganz raus! Komm! Ja! Yes! 1400! Wartet mal! Es ist jetzt... Oh nein! Ich bin so blöd! Jetzt ist aber auch Dings, oder? Richtig! Ja! Geil! Ja, komm! Grandpa! Da! Da war einer! Da war ein Trumble! Trumble Redoodle! Leute, Hashtag Trumble Redoodle bitte mal in die Kommentare! Wirklich! Ist schon recht nice! Ihr alle weg! Oh, jetzt bin ich gefangen! Toll! Ich bin echt schlau! Fahren wir mal ein bisschen zurück! So, vielleicht ist hier was besseres! Ich bin ja so viel weiter zurückgefahren! So, vielleicht ist hier was besseres! Und ich krieg so einen raus! Geil! Ja! Ich bin schlau! Ja! Nein! Doch nicht! Hoppla! War der falsch! Ach! Grandpa! Pfff! Mann! Die Grandpa sind so fies! Warum knabbern die immer meine Fische weg, Alter? Guck mal! Och! Die sind viel zu schnell! Für so kleine Mini-Fische! So, jetzt muss ich erstmal wieder ins Ufer fahren! Und damit ich meine ganzen Fische verkaufen kann! Guck! Und schon sieber! Nein! Schon wieder habe ich 7000! Och! Mann, Alter! Wie viel kostet das nächste Boot? 120.000! Und die nächste Angel? 180.000! Noch mehr! Alter! Da spare ich dann lieber aufs nächste Boot, oder Leute? Würde die doch auch genauso machen wie ich, oder? Schnell weiter! Wuhuu! Fliegt mein kleiner Köder! Och! Mann, Alter! Nein! Och! Grandpa! Mann! Die nerven so, Alter! Guck mal! Grandpa sind voll OP! Die sind richtig schnell! Die können fliegen! Was können die denn noch, Alter? Und ihr Roten! Da waren wir... Ich will diesen Roten in der Mitte, Alter! Wenn ich eh keinen anderen kriege, dann will ich den Roten! Guck mal! Die sind 900 wert! Das ist auch recht viel für so einen kleinen Smallie-Gedollie! Ja! Ich... Ich komm vielleicht bis ganz runter! Da! Da sind sie! Yes! Yeah! Alter geil! Nein! Nicht abbeißen! Der muss ganz bleiben! Yes! 5000, Alter! Den lass ich gleich mal hinten drauf! Ja! Bleib da! So! Also! Wie heißen die jetzt? Habe ich nicht gelesen! Oh! Warum guck ich hier? Hier! Hä? Wo sind die? Ah! Garump! 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 Garumpis! 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 Das sind so Krüppelmänner! Nein! Ähm! Ja! Geil! Wenigstens habe ich jetzt so einen! Locke, Locke, Tori! Locke, Locke, Tori! Aber ich will irgendwie... Du bleibst weg, du fetter Roter! Eigentlich wollte ich diesen komischen Schwarm fangen! Mit diesem roten Typen in der Mitte! Ich war grad irgendwie unaufmerksam und hab nicht aufgepasst! Ich bin einfach der krasseste Leute! Da sind sie! Ah! Ich krieg immer den! Hier waren die irgendwo, oder? Nein! Cool! Da! Euch! Euch brauche ich! Yes! Danke, Alter! Kuhfisch! Du bist eh zu langsam! Gib deinen Traum auf! So einen muss man auswerfen! Und dann hoffen, dass man so einen Trumbull kriegt! Ihr nicht? So! Nein! Haut ab! Och! Ich war grad so konzentriert auf diesen komischen... Wie heißen die? Äh... Auf diesen komischen Seraph! Oder wie der heißt! Was? Ja! Muss man nochmal auswerfen! Ah! Ich krieg nie irgendeinen Fisch, Alter! Wirklich! Nie! Dann du! Yes! Komm! Ja! Ja! Hab ich dich schon mal weg vom Leib, Alter! Wie viel ist der Wert? Alter, wenn der wieder ins Wasser fällt! Ich flipp aus! 7000! Ich könnte... Ich kann ihn doch gar nicht auswerfen! Ich bin so schlau, Alter! Wirklich! Wirklich! Ich bin würd! Ich würd meine Würtchen! Ich würd meine Würstchen! Meine Sausages! Da! Nein noch! Ich krieg nie was! Schon wieder so einer! So! Wenigstens hab ich so einen! Oder, Tim? Ja! Wenigstens hab ich so einen! Ein Garump! Mhm! Ich glaub das ist ne Art von einem Grumper! Ja, glaub ich auch! Aber ne exotische! Sieht zu mir, das kommt's noch nicht aus! Nice! Und ein Trumblecatch! Ja! Guck! Alter! Warum schwimmt der in der Oberfläche? Was macht der? Er ist ein... Dummerangler! Ja! Der Angler denkt, der ist ein Kuhfisch! Was?! 14... Da! Kannst du kurz sehen! Hu! Da! Ja! Den... Ja! Ich weiß! Den wollte ich da anfangen! Diesen roten! Komm her, Alter! Komm! Der Alpha! Die mächtigste Kreatur! Des... Himalayas! Himalayas! Ja! Hau ab! Mann! Ich wollte dich doch gar nicht da drinnen aufwerfen! Da drinnen aufwerfen! Ich kann gut reden! Komm! Tink! Tangen finden! Die Tanken bei Deedl! Nach... Na ja! Jetzt! G condemn! Häh! Ja! Den muss ich locken! Tientel! Tientel! Tietel! 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 Schüttel, Alter. Mann, jetzt hätte ich fast den für 11.000 gekriegt. Das wäre so nice. Kann ich mir noch irgendwie irgendeine... Mann, ich muss diesen Kack-Trumpel fangen, aber ich kann den nicht fangen. Wenn der nie kommt. Wie soll man den fangen, wenn er nie kommt? Nein. Ich lass vielleicht mal rund... Ach. Runtersinken. Boah. Vielleicht ist da irgendwo ein, den ich schlocken kann. Nein, hier ist keiner. Doch, da hinten ist irgendwas. Nein, doch nicht. Danke, dass ihr mir den Galina weggefressen habt. Ihr gepfressigen... Da! Mann! Dieser... Immer wenn ich nicht da bin, dann ist er da, oder? Und jetzt, wenn ich wiederkomme, dann ist er weg. Das weiß ich ganz genau. Da war der irgendwo. Ich brauch wenigstens Medium. Yes! Da ist er wieder. Da ist er immer, dieser kleine Penner. Komm, da hau ich jetzt ne Bombe an den dran. Fahr noch ein bisschen weiter vor, was nicht geht. Nice. Und hoff mal, dass ich den krieg. Was ist das eigentlich auch für einer? Och, und jetzt... Och, und jetzt ist natürlich genau da so einer. Und jetzt muss ich davor noch die Bombe wegkriegen. Ja! Yes! Alter, ich bin der Beste! Trumble gefangen! Wie viel bist du wert? Nein, tausend. Wenig als der Anglerfisch. Aber, ja, das kann man sich eigentlich auch denken. Yes! Fang er Trumble! Trumble wie Doodle! Alter, New Quest! Ich soll ein Hai fangen! Wollen ihr mich verarschen? Ich kann auch nicht mal ein Chuchuch... Ich kann auch nicht mal ein Chuchuchuch dran machen. Und warum habe ich eigentlich meine... meine Dings verkauft? Ja, die war 13.000 wert. Meine arme Mütze. Ach ja, das wollte ich auch auch nochmal sagen eigentlich, dass ich keine Mütze mehr habe, weil ich so dumm war und die verkauft habe. Eigentlich wusste, was das für ein Dings ist, weil man drauf tippt und dann war sie weg. Da! Nein! Schon wieder einfach so einer. Mist. Fass den Roten. Och. Ich gehe nochmal... Hey, warte, warte, warte. Da! Da, da, da. Aber warte es. So. Dann fliegt sie ja noch weiter. Wie ist das gerade? Warum ist das so verkrüppelt geflogen? Da war auch gerade irgendein Medium, verstehst du? Komm schon, Alter! Ah, nein, nicht du, Queenfish! Mann. Das war so knapp mit diesen anderen Spaggy. Spaggy! So, muss ich das jetzt nochmal machen. Kostet zwar viel Geld, aber... Tchuh. Komm! Ich krieg dich diesmal. Was ist das? Was war das? War das ein Hai? War das ein Hai, oder was war das? Tigerhai! 85! Alter! Der war so riesig, Alter! So cool. Erst einmal, warum sind hier so viele von denen? So vieles! Fisales! Komm, hier muss irgendwas Gutes sein! Ach, wenigstens dich! Komm, jetzt hab ich noch mehr Kingfische hier, Alter! Ich hab einen ganzen Schwarm voller kleinen, süßen Kingfische! Wuhu! Na, 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 Grandpa, du haust mal ab! Da, den! Warum schwimmst du weg? Ich will dich angeln! Aber wenn du nicht geangelt werden willst, dann können wir es auch so... Da war schon wieder dieser Tigerhai! Ich geh lieber noch mal ein bisschen... Was ist hier? Wuhu, du Gute! Tiefsee! Ich bin in der Tiefsee, Alter! Wow! Toll, und das Einzige, was ich rausbekomme, ist so einer, der abgenagt ist! Noch besser, Leute! Ach, ja... Hm, ja... Hm, ich bin so gut in dem Spiel! Hätte ich doch lieber diese einfangen sollen! Diese komischen Leuchten nennen! Und warum noch? Da! Yes! Go! Ich bin der Beste, Alter! Wuhu! Ich hab's zwar jetzt nicht gesehen, aber ich hab einen krassen Dab gemacht, Alter! Also, Dabs sind ja noch so in... Ja. Äh, ich bin out, ich bin opi! Äh! 6000! Ist irgendwie nicht so viel! Aber... Geht eigentlich! Hauptsache ein bisschen! Also, Hauptsache... Hauptsache etwas! Leute! Warum... Was bringt das? Warum hab ich noch einen gefangen? So... Hm, hm... Ich muss wieder so weit runterkommen! Guck mal! Freier Weg! Nichts ist da, außer D da! Wo ich jetzt einen Schwarm dran... Äh, ein Ding dran hab! Und die sind sehr... Schlecht! So! Jetzt bitte komm ich wieder so weit runter wie gerade, Alter! Das wär so cool! Es war so geil da unten! Ja, ich bin schon mal ganz gut dran gerade! Ne, ich komm locker nicht so tief wie gerade! Ne! Was? A shark! Sharkery Dino, Alter! Leute, Leute, Leute... Alter Scheiße! Ja, irgendwie... Keine Ahnung! Hier sind einfach zu viele Kingfische, Leute! Kingfisch, Kingfisch! Du wirst geworfen! Kingfisch, Kingfisch! Kang... Kock... Cockfisch! Äh... Äh... Hm... Ich bin dumm! So! Hier! Du da! Noch! Egal! Ich will eh lieber weiter runter! Jetzt krieg ich wahrscheinlich wieder so'n Kot raus! Dich hau' ich! Juhu! Kuhfisch, du nicht! Juhu! Groker! Oder wie man die ausspricht! So! Und ich checke's immer noch nicht mit der Aufgabe, weil ich ja noch nicht mal einen Huge Hook hab und ich glaub, man kann nur Haie mit Huge Hook fangen! Toll! Haben die ja fair gemacht, würde ich sagen! Da! Uiich! Muss man fangen! Ihr kleinen Fädel, die Fekfex-Säcke! Was war da unten? Ah! Was ist... Ach! Ach, da war einer... Oh, oh... Hier kam doch irgendwo letztes Mal ein Hai, oder? Haarie, Haarie... Haariger Hai! Wo bist du? Haarie Hai! Wie viel seid ihr wert? Jetzt wird nicht abgeknabbert! Yes! 6.000! Leo-Fisch! Toll! Exotik! Mein Ohr juckt! So, kurz gekratzt! Erledigt ist die Sache! So, ja, jetzt kann ich erstmal sparen aufs Boot! Wir sehen uns nach einem kleinen Schnitt wieder, wenn ich ja mal ein bisschen mehr gedingst hab, Leute! Also ein bisschen mehr verdient hab! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder! Leute! Geilo Matrix! Wo zieht der mich hin, Alter? YouTube Unlock! Yes, Louis Doodle, Alter! Geil! Komm! Yes! Schock! Ich hab'n Angler! Ich hab'n Angler! Yeah! Oh! Geil! Leute! Oh! Oh! Ich freu' mich grad' richtig! Alter! Alter! Guckt euch den an! 14.000 für den! Und da hinten hab' ich auch noch so'n grünen drauf! Hinten auf'm Boot! Alter! Hinten auf's! Hinten auf's! Hinten auf's! Ich glaub' dazu braucht man einfach einen normalen, weil der frisst nur lebende! Der weiße Heiter, der mit den spitzen Zähnen, also, ja, also ihr wisst schon, den kann man nur fangen mit dem lebenden und da muss man gerade so'n Schiu-Chuk dranhauen und dann hat man den und den muss man irgendwie fangen, auch mit ner Schiu-Chuk, keine Ahnung. Ich hab' den noch nie gefangen, weil's den offenen Enden nicht gibt! Gibt! Da! Du! Du bist gut! Komm! Komm zu Papa! Ach, vor allem, wenn der's nicht sieht, wie blöd ist der! Komm! Ihr! Danke! Ihr seid gute Burschen! So! Also, dit find' ich jetzt schonmal sehr, sehr, sehr geil! Da hab' ich jetzt gleich auch mal einen Schiu-Chuk dran! Kostet zwar 5.000, aber... Ich hoffe mal, es lohnt sich! Ja, und die Bombe ist weg! So! Wenn jetzt irgendwo ein Tigerhai ist... Nein! Aus! Och, bitte! Ach, nein! Da wär' eh kein Tigerheimer gekommen! Deswegen ist gut, dass ich den gefangen hab! Wenigstens hab' ich denn wieder Geld! So! So'n Trumble! Trumble wie Doodle! So, du bleibst auf meinem Boodle! Boodle! Ach, mein, warum ziehst den hoch, wenn ich noch gar keinen dran hab'? Wollen wir jetzt alle wegschwimmen? Och! Was habt ihr für ein Kackproblem? So! Äh, ja! Äh, ja! Ähm, ja! Ähm, ja! Ach, wo wer wir sind? Äh, hoffentlich kommt jetzt ein Medium! Dieser eine Papagei da, die ich vorhin gesehen hab! Dieser, der so dumm war, würde ich gesagt, er kommt zu Papa, der meinen Haken nicht gesehen hat! Den muss ich fangen! Den will ich fangen! Toll! Ach, na super! Ach, na super! Tschau Leute! Yeah! Oh, oh, oh! Das letzte Teil, was ich hab' für so ein cooler Fisch und Du! Ja, aber jetzt mal wieder! Tschau Leute! Yeah! jemanden Schnell Pfoh collapsing Pfiffe Untertitelung des ZDF, 2020